ich habe zwei in anzahl 2 button flash und was für ein level du bist okay das wird schon glatt reichen wir könnten jetzt schon an sich auf level 30 verzaubern da kommt ein zombie da kommt ein zombie dazu kommt ein zombie action dung 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 ich glaube ich habe mir enderman angeschaut wenn du ein enderman geräusch hörst du weißt dass du durch den endermann schon verreckt bist so plötzlich ich frage so hast du einen enderman angeschaut tot warte mal ich nehme jetzt ein kürbis mit raus wir haben ja drei hast du hier drin kannst du raus holen kürbiskopf 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 tja da ändern wir jetzt bist du nicht mehr so toll jetzt kannst du mich nicht mehr so attraktiv anziehen dank meines ressortspacks sieht mein bild noch normal aus aber auch nur weil ich das ressortspack diesbezüglich überarbeitet habe ich habe kein verändertes bild im gegensatz zu dir du dürftest es ein bisschen anders jetzt bei dir sehen nach minimal ich habe noch normales bild hey alter ich kann dem enderman ins gesicht gucken hey was willst du eigentlich was willst du hier geh mal weg da warte mal das kraft er dich auch nicht an wenn du ihn angreifst doch eigentlich schon ja das gefällt mir da hinten schon gar nicht seiten nachher da hinten eventuellerweise ein wenig ausleuchten aber die sind eventuell nope da 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 rottenfleisch da 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 rotten ausfleisch aus da sind zwei witches tschüss und ne spinne was eigentlich die idee ist so ruhig ich habe es geschafft dass die dass die hexen mir kein effekt drauf gehauen haben was dass die hexen mir kein fick gehauen haben effekt dafür habe ich jetzt wird es gott und sugar ob der schon mit hexen mach unsere gegend nicht kaputt her das war gerade nur creeper geschickt ausgenutzt ja wie viel ist davon jetzt an der ebene kaputt gegangen ein block also man kann sich auch an das ist das böse ja ich weiß ein block ist so böse böse wir können in der gegend rumlaufen und ein enderman kann uns gar nichts und ich habe immer noch normales bild ich liebe es wenn man den resource pack einfach mal deswegen überarbeitet das sind auch nur zwei sachen die ich gemacht habe das logo und das bild sich nicht ändert mehr habe ich am resource pack gar nicht gemacht mehr werde ich auch nicht daran machen da unten ist ja dd steht vor der haustür wartest du auf dem schlüssel müssen die haushen dir aufmachen nee ich beobachte euch gerade ihr kürbis halumpen da sind zwei creeper hinten passen drei creeper vergaß weg da und die sind alle drei auf dich sauer nummer eins ist tot und das war mein schwert ich hab kein schwert mehr ich mach mir mal ein schwert ja ich mach mir mal ein schwert ja nummer zwei und drei sind übrigens auch dann von irgendwie ein bisschen wenig ich würde mir zu gern ein tier schwert man wir haben aber nur sieben tiers ja was von dennoch ein bisschen arg wenig zombies oder habe ich das nur so ein höhe mach ne mach ne mod von ne zombies zuhren doch hm zombie-one wenn sie nicht bekommen wirst wenn sie nicht bekommen wirst du auch zum zombie Das ist ja auch zum Zombie und jagst an die anderen Zombies Ich würde es nicht wundern, wenn es so eine Mod schon gibt oder so Perfekt Wow, beste Verzauberung da drauf Ich habe die beste Verzauberung auf dem Schwert drauf E4-1 Oh nein Ja genau, probiere die doch mit einem Spinauge zu hauen Vielleicht vergiftest du sie ja sogar noch Oh nein, es wird schon wie netter Oh, es ist aber, oh gut Okay, es wird zur Tag, aber es werden trotzdem Viecher sporen Wegen Nacht Das Problem ist nur, dass jetzt meine Verzauberung Ja, das Problem ist nur, dass die Verzauberung auf meinem Schwert Jetzt für dieses Wetter gar nichts bringt Boah Ja, nicht, dass sie nochmal in die Schlucht fallen Steven, komm mal bitte her Wo bist du? Sag, wo du bist Bist du in der Nähe unseres Hauses? Ja, ich bin westlich vom Haus, oben auf dem Berg Hast du da lang Gut, warte Ich bin auf Weg, ich bin auf Weg Ich bin auf Weg Ich laufe jetzt westlich Mal gucken, ob ich dich irgendwo sehe Ich sehe dich Ah, da hinten bist du Das bedarf jetzt gerade eines Screenshots Das lade ich gleich auf Twitter hoch Die Logik von Minecraft Was denn? Was los? Ja, guck doch Das ist gut Hier Okay Ja, ne So eine geile Logik Überall regnet es Bis auf diesen einen Block Das schneit Oh Mann, ey Das ist Noch 10 Minutos 10 Minuten 10 Minuten 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 Guck mal hier Das ist das genauso Ich mein Ich find's ja in Ordnung Dass die auf einer bestimmten Höhe das einführen möchten Dass es dann schneit Okay Aber dann ja wohl irgendwie einfällt Müsse ich gleich, oder? Ich find's lustig Es gibt nur keinen Sinn Steam, was gibt in Minecraft schon Sinn? Jetzt mal Hand aufs Herz Wir laufen mich schon wieder weg von unserem Haus Ich weiß Guck mal ein Film Ganz viele Hühnchen Und ein Esel Ey, wir müssen den Esel uns holen Wir müssen nachher mit Sette in den Esel holen Und ein Pferd Dann können wir uns ein Muli machen Wollt's mal, klappt das? Nice! Okay, mir gefällt die Verzauberung Ich hab doch grad das Schwein getötet, ne? Ja, du hast Steaks bekommen Ich hab jetzt drei Cook Pork Shop gekriegt, genau Was haben wir denn hier? Ja, äh, ähm Esel, wir wissen's Okay, du hast zwar kein Mützen Hast du aber Spitzhacken mit? Zwei Ah, okay, cool Hast du Holz mit? Oder hier eine Workbench bei dir? Nein Schön, weil ich hab zwar Sticks bei mir, aber keine Workbench Oh, okay Äh Wenn du Facke machen willst, hol dir Kohle Darum geht's nicht, ich mein, aber wenn wir mal irgendwann Wir haben ein paar Wenn wir mal Äh Sowas wie Eisenschmerzen wollen, wenn wir in der Höhle sind Oder so Ach, Quatsch, das wird überbewertet Äh, fünfund-, ich hab fünfund-, ich schleppe fünfundvierzig Fackeln mit mir rum Du bist ja gerade schon runtergefallen You tricked me once Shame on me You tricked me twice Shame on you Das war nur geil Da springst du so runter, dann baust du dich hoch Gehst da lang, fällst da wieder runter War doch mit Sicherheit so richtig schön Schuppie aus, ne? Ich hab zum Beispiel zu dem Zeitpunkt sogar zu dir hingeschaut Ich muss das Mikro ein bisschen näher an mich mal wieder ranstellen Oder ranholen Warte mal kurz So, jetzt hab ich's ein bisschen näher an mich rangezogen Für die letzten paar Minuten Weiß, was für er Nicht lange, wenn ich's töte Warte, guck Du hast doch keinen Sattel bei dir Wir sind Pferdemauer Nee, Ese Die Schlucht Ese Wir haben eine Schlucht Und können da jetzt runter Jetzt nicht mehr Lol, ich war gerade im Dauersneak Wie auch immer das passiert ist Lieben, das Das wär doch jetzt richtig fies gewesen, oder? Geh, kein Ruch Platsch Genau Wir können runter Und langsam gleiten Schleicht sie unser Held In die Schlucht Was? Was macht der? Das Einzige, was Was macht der andere da? Der will doch jetzt wohl nicht Das ist jetzt nicht sein Ernst Der Held, der wird doch Sterben Boah, 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 boah Boom Shit, Alter Dann lass uns mal zurecht Langsam, oder? Ich geh schon mal rüber Leider kann Leider kann das Abenteuer nicht fortgesetzt werden Weil die Helden sind tot Und wer dran schuld ist Dieser Typ da Das Pferd Ah, okay Nein, warte Ich mach schon wieder auf Nein, jetzt will ich nicht mehr Jetzt bin ich hier unten Pff Wo war unser Haus gleich nochmal? Wie gesagt Was denn jetzt? Lass mich raten Wieder ne Schlucht Oder zweiter Tod Nee, das hätte da ja gestanden Was ist mit der Was soll denn mit der Kürbisfarmen bitte sein? Man könnte sagen, ich stand ein bisschen im Weg Entschuldigung Aber gut, dass ich weiß, dass du in der Nähe bist Guten Tag Was war das denn mit den Keine Kandikelinos? Na gut Wolltest du ja gerade nicht so direkt sagen, Didi Aber irgendwie hast du einen hohen Kopf Pff Pff Pasti Gut Ist ja nicht schön Irgendwie ist dein Kopf in halt ziemlich hohe Grader Aber okay Ich schätze, in meiner nächsten Aufnahme-Session Kriegen wir das dann hin Würde ich sagen Bezüglich des Viechis Und wir haben ja soweit ja schon einiges Und ich werde auch den Screenshot diesmal vom Hinteren raus machen Wobei ich vielleicht mich dahin hänge oder so Ähm Jedenfalls würde ich dann mal auch so langsam aber sicher sagen Das war es dann auch schon wieder mit Minecraft Im Together In der Numero Staffel 4 Numero Staffel 4 In der Numero Staffel 4 Genau Und das war Numero Aufnahme 10 Mehr Ich weiß nicht Ich weiß nicht wie viel das Aufnahme-Session das wir jetzt schon hier haben Das Räuchte mal eine Krimskrams-Truhe da unten Wir haben zur Zeit eine Krimskrams-Truhe hier oben Aber die ist auch schon fast voll Äh Jedenfalls würde ich mir jetzt trotzdem sagen Das war es dann auch schon wieder Ne Und mit der Numero Staffel 4 und so Mit dem Basti, der Dede und mir Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Vielleicht ist Dede wieder dabei Wer weiß Wir werden es ja sehen Und ich würde sagen Bis dahin und Mit U und A und Z Dede Ciao Ich wollte schon sagen Ciao